Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Am Freitag, den 31. Oktober, präsentierten die Tanzschule und der Tanzclub des Collegios Secundario Neuland ihre Abschlussvorstellung. Getanzt wurden sowohl traditionelle Tänze aus Paraguay als auch Jazz, Pop und Country. Die Tänzer waren in vier Altersstufen eingeteilt, die sich in der Reihenfolge der Tänze abwechselten. Den Schluss machte die gesamte Tanzschule mit einem Tanz zum Lied Es la hora de bailar. Und noch einige Kurzmeldungen. Am Sonntag, den 26. Oktober, fand ein Streicherkonzert unter der Anleitung des deutschen Konzertmeisters Götz Bernau im Auditorium der Sekundarschule statt, an dem sich Streicher aus den drei Mennonitenkolonien im Chaco beteiligten. Am Abend davor schloss das diesjährige Menefepper-Fußballturnier für den DBN ab. Im letzten Spiel verlor die Jugendmann mit 1 zu 7 gegen den LSV und die Auswahl spielte ein 2 zu 2 unentschieden. Und hier zum Abschluss die Punktetabelle der ganzen Saison. Mit Untertitelung des ZDF, 2020 An ナ siempre dasbus d' a красinnen und nettesエンkl — also schauen wir uns dealing